So, meine RPG-Maker-begeisterten Freunde, beim letzten Mal hatten wir ein wunderschönes Intro gemacht. Okay, Spaß beiseite, es war grottenschlecht. Aber egal, ich bin DonF204 und wir befinden uns nun auf dem Weg zu unserer ersten Mission. Nice. Missionen zu erstellen, also Quests, ist an sich nicht so schwer. Ja, aber man muss das auch erstmal wissen, wie das Ganze geht. Wir machen ein paar Beispiel-Quests und fangen jetzt eigentlich ganz simpel an mit unserer ersten Quest. Eine Laufburschen-Quest bringe Gegenstand A von Person B zu Person C. Fertig, mehr brauchen wir nicht. Ungefähr grob Pi mal Daumen, das ist jetzt ungefähr die Quest, die wir vorhaben. Und damit fangen wir jetzt eigentlich auch an. Wir machen als erstes den Gegenstand, den wir von A nach B transportieren wollen. Dazu gehen wir hier oben in die Database, in die Datenbank auf Deutsch. Dann unter Gegenstände bin ich schon drin. Unter Gegenstände, hier auf der linken Seite, könnt ihr hier das Maximum ändern. Ihr könnt hier einfach mit dem Mausrad ein bisschen scrollen, dann habt ihr ein paar mehr Nummern. Hier machen wir 50 Stück, reicht für uns auf alle Fälle, wie ihr seht. Dann könnt ihr irgendeine beliebige Nummer davon aussuchen, spielt gar keine Rolle. Wir nehmen jetzt hier die Nummer 40 beispielsweise und nennen das Item jetzt so, wie ihr euren Gegenstand nennen wollt. In meinem Fall nehme ich einen Apfel und wähle als Symbol das Apfelsymbol. Ich finde die Icons jetzt, naja, nicht so hübsch, aber auch nicht unbedingt ultra hässlich. Also für unsere Bedürfnisse reicht es und erst mal auf OK. Wir haben hier den Apfel ausgesucht und drücken auf OK. Dann können wir noch eine Beschreibung reinschreiben und das wollen wir jetzt natürlich auch tun. ein, 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 safti, was schreibe ich denn da für ein Blödsinn? Saftiger Apfel, fertig, Punkt. Ein saftiger Apfel. Woher wir das wissen? Keine Ahnung. Ich sehe es dem Apfel an, dass er saftig ist. Gegenstandstyp, ein Schlüsselgegenstand, das wird nämlich unser Questgegenstand. Preis 0 lassen wir auch so. Sonst können wir das Ganze verkaufen an Händler und das wollen wir ja nicht. Verbrauchbar, um Gottes Willen, nein. Bereich, keine. Also nicht Gegner, nicht Verbündeter, nicht Gegner und Verbündeter und auch nicht Benutzer, sondern keine Seite. Anlass, niemals. Wir können den Gegenstand niemals benutzen. Den Rest können wir so lassen und das wäre dann unser erster Questgegenstand. Wir können hier noch in die 39 reinschreiben, so wie sie es hier oben gemacht haben. Noch, dass es sich um ein, dass ab jetzt hier die Questgegenstände kommen. Ups, die haben es ohne Lerzeichen gemacht, egal. Quest Items. So. Und dann wissen wir, hier drunter kommen jetzt die Quest Items. Was natürlich dann für die Sortierung für uns ziemlich praktisch ist. Und dementsprechend ist das ziemlich gut. Hier sind zum Beispiel die Erholungsgegenstände, Tränke etc. Dann spezielle Gegenstände und so weiter und so fort. Verstärkungsgegenstände und dann hier irgendwo die Quest Items. Und dann ist das alles schön sortiert und wir haben da ein bisschen Überblick. Und drücken auf Übernehmen und auf OK. Und haben unseren ersten Questgegenstand erstellt. Hat kurz ein bisschen gedauert, aber nur weil ich es erklärt habe, wenn ihr das selber macht. Ihr werdet sehen, das geht ratzefatze. Vor allem, wenn ihr wisst, was ihr machen müsst und nicht mehr groß darüber nachdenken müsst. Es wird schon relativ schnell gehen, werdet ihr sehen. Dann gehen wir auf Map Nummer 2. Da haben wir mit dem Dialog bereits angefangen. Den haben wir hier in dem Event Szene 2 reingepackt und nicht in die Frau hineingepackt. Die Frau ist bei mir jetzt leer. Ich habe alles wieder rausgelöscht, was ich letztes Mal mit dem Selbstschalter demonstriert hatte. Das brauchen wir nämlich logischerweise nicht mehr. Wir wollen die Oma nicht mehr löschen. Die junge Frau wollen wir nicht mehr löschen. Und wir könnten natürlich hier den Dialog auch reinmachen und auslöse Aktionstaste. Aber wir wollen es automatisch starten. den kompletten Dialog und das machen wir dann auch. Wir machen das Ganze wie folgt. Wir haben hier unten, ganz unten schon, den Anfang des Dialoges. Vielleicht kannst du mir ja helfen. Und das öffnen wir einfach wieder. Rechtsklick auf Bearbeiten oder einfach Leertaste. Und dann können wir den Text wieder bearbeiten. Oder wir machen halt einfach eine neue Textbox, würde auch gehen. Vielleicht kannst du mir ja helfen. Mein Mann hat Hunger. Kannst du ihm bitte diesen wunderschönen Apfel bringen? Fragezeichen. So, wir stellen dem Spieler eine Frage. Also wäre es auch nicht verkehrt, vielleicht, wenn der Spieler auch antworten könnte, würde ich mal jetzt einfach mal behaupten. Und dementsprechend machen wir das Ganze auch. Wir machen alles natürlich über den Selbstschalter A. das Anwenden, können ihn auch mal kurzzeitig rauslöschen. Dann können wir nicht aus Versehen unter ihm neue Eventbefehle einbauen. Ist vielleicht jetzt für uns momentan ein bisschen besser. Dann haben wir da ein bisschen mehr Überblick. Gut. Dann doppelt hier einfach draufdrücken. Oder halt, wenn ihr es dazwischen irgendwo einfügen wollt, halt doppelt auf einen schon vorhandenen Befehl und dann wird es da drüber einsortiert. Wir machen hier in die leere Zeile jetzt Doppelklick. Und Auswahlmöglichkeiten zeigen. Der Befehl befindet sich auf der ersten Seite. Und hier relativ oben über, äh, unter Text zeigen. So, dann kommen wir in dieses wunderschöne Fenster. Das ist eigentlich nicht sehr kompliziert, würde ich jetzt behaupten. Ihr könnt hier bis zu sechs Auswahlmöglichkeiten einfügen. Wir machen jetzt einfach nur Ja und Nein. Genauso wie es schon vorgegeben ist. Das ist perfekt. Hintergrund, dasselbe wie bei Textanzeigen. Fenster dimm oder durchsichtig. Dann, ähm, Fensterposition links, Mitte oder rechts. Ähm, das wird dann über der Textbox angezeigt. Und dann können wir uns aussuchen, wo entweder links, in der Mitte oder rechts. Und wir lassen das jetzt einfach auf Standard rechts. Ähm, gut. Dann Standard ist, ähm, quasi der Befehl, der ausgewählt wird. Wenn der Spieler jetzt einfach Enter hämmert oder vielleicht auch Enter gedrückt hält. Ich weiß nicht, ob es beim gedrückt halten auch funktioniert. Dann, ähm, wird Auswahl 1 automatisch ausgewählt. Also das ist die markierte Antwort. Und da können wir dann auch aussuchen, welche das ist. Wir machen einfach mal auf Keine. Ähm, keine Antwort soll markiert sein. So, dann Abbrechen wäre dann Auswahl 2. Das wäre, wenn der Spieler Escape drückt oder halt die Abbrechen-Taste in eurem Fall. Egal, welche ihr da belegt habt. Und dann wird automatisch Auswahl 2 gewählt. Und das lassen wir so, weil mit Escape wollen wir verneinen. Automatisch und drücken auf OK. Gut, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt einen Befehl, der hier 2 leere Zeilen einfügt. Und diese 2 Zeilen sind im Grunde das, was passiert, wenn, ähm, Ja gewählt wird. Oder wenn Nein gewählt wird. Okay. Ähm, das bedeutet, wir können hier jetzt Text einfügen. Wo der Spieler dann einfach sagt, ja klar, mach ich doch gerne. Ähm, Text anzeigen, Porträt, Actor, hier, der Dude ist es. Wie hieß er nochmal? Right, glaube ich. Right, ist das richtig? Och, ich kann mir diesen Namen nicht merken. Doch kann ich, ähm, er heißt Right, oder? Ja, Right. Sehr gut. Gut, ich hab's mir gemerkt, Leute. Ich kann mir Namen nicht so gut merken. Und ich wollte jetzt nochmal auf Nummer sicher gehen. Nicht, dass ich irgendwelchen Blödsinn schreibe. Ähm, Right heißt der junge Knall. Und er sagt, ja, ähm, klar. Einfach, ja klar. Und dann ist die Hood fertig. Die Texte könnt ihr ja selber schreiben. Dazu seid ihr in der Lage. Ihr seid groß genug dafür. So, ja klar. Ähm, dann würde ich sagen, bauen wir noch eine kleine Text, ähm, Box ein für die Oma. Äh, für die Frau. Entschuldigung. Für die Frau. Für die Frau. Ihr könnt auch natürlich die alte Textbox kopieren. Und dann einfach, ähm, nun den Text nochmal neu schreiben. Falls ihr jetzt hier sehr viele Bilder habt und das ewig dauert, das rauszusuchen, geht's manchmal auch so rum schneller. Und ihr müsst den Namen auch nicht jedes Mal neu eintragen. Ähm, gut. Dann wollen wir einen kleinen Text reinschreiben. Ähm, danke. Mein Mann ist im Haus. Fertig. Mehr ist es nicht. Gut. Dann machen wir noch eine kleine Textbox als Information, dass der Spieler den Apfel erhalten hat. Und, ähm, hier nein, Text anzeigen. Ähm, tut, 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 tut. Ähm, Apfel und erhalten. Erhalten. Punkt. Oder einen Apfel erhalten. Einen Apfel erhalten. So, irgendwas in der Richtung. Ähm, und da kommen wir jetzt nochmal zu ein paar Sachen, die wir bereits besprochen hatten. Ähm, unter anderem. Zum Beispiel können wir ja hier die Farbe einstellen über Backslash, ähm, C und eckige Klammer auf. Irgendeine Zahl, eckige Klammer zu. Aber wir können auch ein, ähm, ein, ein Symbol einblenden. Ein, ähm, Item-Symbol. Und das ist eigentlich ziemlich praktisch, weil wir können dann hinter den Apfel, also hinter das Wort Apfel auch nochmal das schöne Symbol einblenden. Oder davor, wie ihr es am besten findet. Das können wir dann einfach ganz machen, ganz einfach machen über Backslash, I, eckige Klammer auf. Und dann halt die Zahl, n, ähm, wird dann mit der Zahl ausgetauscht. Ungefähr so sieht das dann aus. N tauschen wir jetzt mit der Zahl aus. Wie machen wir das Ganze? Wir rechtsklicken einmal. Ja, so. Gehen hier auf Symbolindex eingeben. Wählen den Apfel aus und fertig ist. Und dann schreibt er automatisch die 2, 6, 5 hinein. Dann drücken wir mal F2, ob das auch funktioniert. Und es funktioniert. Wunderbar. Und dann würde ich das Wort Apfel noch färben. Das machen wir auch. Backslash, C, eckige Klammer auf. Rechtsklick, Farbindex eingeben. Nehmen wir das Zellrot wieder. Eckige Klammer zu. F2. Wunderbar. Apfel ist jetzt rot. Jetzt müssen wir erhalten. Noch weiß machen. Kopieren das einfach. Zack. Und schreiben dort eine 0 hinein. Und dann sieht das Ganze so aus. Einen Apfel erhalten. Wunderbar. Wir drücken auf OK. Genauso wollten wir das Ganze. Wir werden jetzt noch ein Befehl natürlich einfügen, damit der Spieler auch wirklich den Apfel bekommt. Weil momentan ist das noch nicht der Fall. Und den findet ihr hier rechts. Auf der ersten Seite. Rechts. Gegenstände ändern. Direkt neben Auswahlmöglichkeit zeigen. Gegenstände ändern. Dann suchen wir den passenden Gegenstand aus. Das wäre hier bei Quest-Items unser Apfel erhöhen. Konstante 1. Ihr könnt auch verringern, also abziehen. Dazu kommen wir dann später. Und ihr könnt dann auch, statt die Anzahl hier einzugeben, könnt ihr das auch über eine Variable machen. Machen wir jetzt aber nicht. Das ist zu kompliziert jetzt für uns. Variablen werden wir dann im nächsten Video wahrscheinlich uns damit beschäftigen. Aber nur wahrscheinlich, aber es könnte auch immer was dazwischen kommen, dass mir vielleicht noch eine andere Tutorial-Idee kommt. Also hängt mich nicht auf, falls ich da irgendwie doch mal noch ein Tutorial dazwischen schiebe. So. Ich drücke auf OK. Und dann haben wir hier den Apfel erhalten. Gut. Das ist das Ganze, was bei Ja passiert. Vorerst. Und jetzt kommt hier der Teil rein, der bei Nein passiert. Bei Nein passiert im Grunde nicht viel. Wir kopieren einfach mal hier die zwei Textboxen mal hier rein. Einfach hier mit Steuung, nee mit Shift, Entschuldigung, mit Shift. Beide markieren. Dann Steuerung C. Jetzt war es Steuerung. Und dann einfach Steuerung V oder halt einfach hier Rechtsklick kopieren. Alles klar. Ich will aber ein bisschen euch auch die Shortcuts erklären, damit ihr auch die Schnelltasten alle lernt. Das ist manchmal nicht schlecht. Und einfach Nein, Fertig, Nein und die Oma, äh Frau sagt dann Schade. Und das war's. Das war unser Event im Grunde, unser kompletter Dialog. Wir machen hier dann unter Beenden den Self-Switch wieder an, den Selbstschalter. A ist an. Der dann die leere Seite aktiviert. Gut. Okay. Speichern. Gut. Was machen wir jetzt? Jetzt wollen wir noch, dass die Frau etwas sagt. Ganz einfach. Wir machen folgendes. Wir werden das Ganze hier, das ganze Stück kopieren. Wir kopieren das. Und kopieren das in die Frau hinein. Wie gesagt, dann könnt ihr das auch per Aktionstaste machen. Alles kein Problem. Das passiert nur, wenn wir die Quest nicht angenommen haben. Werdet ihr gleich sehen. Und dann müssen wir natürlich auch noch das hier rauslöschen. Weil, das hat sie dann bereits gesagt, dann haben wir einen etwas anderen Dialog, weil es erst abgelehnt wurde und dann doch angenommen wurde. Dann brauchen wir eine neue Event-Seite. Ich kopiere die mal und füge die nochmal neu ein und lösche den Inhalt komplett heraus erstmal. Und brauchen jetzt Bedingungen. Wir machen einfach als Bedingung Gegenstand Apfel ist im Inventar. Wenn sich dieser Apfel im Inventar befindet, wird diese Event-Page, diese Ereignisseite, aktiviert. Und wenn das nicht der Fall ist, ist diese aktiviert. Und den Apfel bekommen wir ja quasi erst durch den Dialog. Also, auf gut Deutsch, kommen wir nicht auf diese Seite, ohne diesen Dialog durchgesprochen zu haben, beziehungsweise diesen Dialog, der ja sowieso automatisch startet. Also, ohne die Quest anzunehmen, können wir nicht an den Apfel rankommen. Und dementsprechend können wir hier gar nichts machen. Also, kommen wir hier gar nicht auf diese Event-Seite. Dann wird die Frau dann was anderes sagen. Da kopieren wir dann einfach nur noch das hier rein. Danke, mein Mann ist im Haus. Wenn man sie nochmal anspricht. Das Ganze können wir jetzt einfach mal ausprobieren, ob das Ganze funktioniert. Aber das sollte eigentlich funktionieren. Aber auch mir passieren Fehler. Ihr könnt übrigens Intros, wenn ihr Enter gedrückt haltet, überspringen, beziehungsweise schneller abspielen, wie ihr jetzt seht. Und dann wird auch der Text übersprungen. Und dann läuft der halt ein bisschen schneller. Das ist eigentlich ziemlich cool. Also, die kompletten... Die kompletten Dings hier... Cutscenes, die über Autorun laufen, kann man dann schneller abspielen. Das ist eigentlich ziemlich praktisch. So, vielleicht kannst du mir ja helfen. Mein Mann hat Hunger. Kannst du ihm bitte diesen wunderschönen Apfel bringen? Ähm... Nein? Nein! Schade. So, jetzt kann ich wieder gehen. So, wenn ich jetzt Escape drücke, in die Gegenstände reingehe, ich habe nicht den Apfel bekommen. Der ist hier nirgends zu sehen. Ich kann die Frau nochmal ansprechen. Mein Mann hat Hunger. Kannst du ihm bitte diesen wunderschönen Apfel bringen? Ähm... Oh, ja. Ja? Ja, klar! Danke. Mein Mann ist im Haus. Einen Apfel erhalten. So. Escape. Gegenstände. Schlüsselgegenstand. Apfel. Da ist er. Wunderbar, Leute. Wir haben ihn bekommen. Und ich kann ihn nicht einsetzen oder irgendwas, so wie wir das wollten. Und... Wenn ich die Frau nochmal anspreche, sagt sie einfach nur noch, Danke. Mein Mann ist im Haus. Und sie sagt nicht mehr, ähm... dass wir eine Quest annehmen sollen. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Wir speichern an dieser Stelle. So. Und wir machen das Spiel aus. Und ich würde sagen, wir erstellen jetzt den Mann im Haus und lassen ihm dann den Apfel entgegennehmen. Ähm... So. Dann geben wir Tutorial House drinnen. Das habt ihr ja hoffentlich erstellt. Sonst wäre das Ganze jetzt ein bisschen peinlich für euch. Aber es sieht ja keiner, dass ihr das jetzt erst baut. So. Dann baut ihr kurz mal das Haus, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ihr könnt euch jetzt gut und gerne nochmal, ähm, kurz Pause drücken. Die Map dafür bauen. Und dann könnt ihr weitermachen. Gut. An dieser Stelle hier, auf diesen Hocker, mehr oder weniger, stelle ich jetzt den Mann. Builds. Wir wählen aus People... One. Genau. Diesen Dude hier mit der grünen Kapuze oder grünen Mütze. Und, ähm, wählen natürlich die Grafik hier, die nach rechts guckt, zum Tisch. So. Ähm... Wir nennen das Ganze Mann. Das Ganze Ereignis. Damit, wenn ich hier auf Übernehmen drücke, hier auch Mann steht und nicht Event 3. Und fügen einen Text ein, den er sagt, wenn man die Quest noch nicht angenommen hat. Da könnte jetzt alles Mögliche reinkommen. Wir machen erstmal ein Porträt. People One. Der Dude hier. Name Mann. Ja, was schreiben wir rein? Ich habe so einen Hunger. Hunger. So. Ich habe so einen Hunger. Okay. Okay. So. Das sagt er, wenn wir den Apfel nicht bei uns haben. Und dann kopieren wir die Seite und fügen sie neu ein. Und machen jetzt hier eine Bedingung rein. Gegenstand. Und jetzt machen wir Questgegenstand Apfel ist im Inventar. Wenn der Apfel im Inventar ist, wird diese Eventpage aufgerufen. Diese Ereignisseite. Ähm... Lasst euch von den englischen Begriffen von mir bitte nicht verwirren. Wie gesagt, die rutschen mir ab und zu mal aus Versehen raus. Ähm... Das ist einfach Gewohnheit. Ähm... Habt ihr es vielleicht später mal leichter, wenn ihr euch durch englische Foren kämpfen müsst. So. Ich habe so einen Hunger. Ähm... Sagt der Mann. Das editieren wir. Also wir drücken einfach Leertaste. Und... Ähm... Und schreiben dann einfach Ist dieser Apfel für mich? So. Das ist dann der Teil, der kommt, wenn wir den Apfel im Inventar haben. Und dann könnte man jetzt eine Auswahlmöglichkeit machen. Ja, nein. Ähm... Auswahlmöglichkeit. Ja, nein. Zack. Ähm... Ja, der Apfel ist für dich. Textanzeigen. Porträt. Actor. Actor1. Write heißt der. Write. Ähm... Ja. Könnt ihr ja einen vernünftigen Text reinschreiben. Oder ihr lasst die Auswahlmöglichkeit komplett weg. Und das Ganze dann auch mal nochmal mit Nein. Wie gesagt, Texte schreiben. Da brauche ich kein Tutorial für machen. Also das habt ihr in der Schule gelernt, wie man schreibt, denke ich mal. Und... Ähm... Ich denke mal, da kommt ihr ganz gut mit zurecht. So. Ja. Bei Ja wird einfach der Apfel aus dem Inventar entfernt. Ähm... Gegenstand... Ähm... Gegenstände ändern. Hier oben. Dann... Ähm... Apfel verringern um 1. Okay. Übernehmen. Fertig. Gut. Jetzt haben wir aber ein kleines Problemchen. Und das ist folgendes. Wir rutschen dann wieder zurück auf diese Eventseite. Beziehungsweise auf diese Eventseite. Weil wir den Apfel ja nicht mehr im Inventar haben. Und die Bedingung hier gar nicht mehr erfüllt ist. Das heißt, wir rutschen 1 zurück. Aber wir wollen ja 1 nach vorne wieder. Und deswegen brauchen wir jetzt noch eine neue Eventpage für beide Charakter. Für die Frau. Und für den Mann. Wir fangen, denke ich mal, mit dem Mann an. Und machen da eine dritte Eventseite. Neue eigene Seite. Und dort lernen wir jetzt gleich mal was Neues kennen. Erstmal lösche ich die eigene Seite. Entschuldigung. Kopiere sie. Füge sie ein. Lösche das hier raus. Dann brauche ich mir das Bild nicht nochmal neu raussuchen. War ich jetzt zu faul zu. So. Wir lernen neu kennen die Schalter. Was sind Schalter? Selbstschalter kennt ihr ja bereits. Aber was sind Schalter? Schalter und Selbstschalter sind im Grunde das Gleiche. Der Unterschied ist eigentlich relativ klein. Wie gesagt. Ich erkläre es nochmal. Und das jetzt so ausführlich wie geht. Okay. Ein Schalter ist, wie ihr es halt in echt kennt. Zum Beispiel von dem Lichtschalter. Entweder an oder aus. Entweder ist der Knopf, also der Schalter auf on oder auf off. Eins oder null. Gut. Und standardmäßig sind alle erstmal auf aus. Alle sind aus. Alle Schalter. Wenn dieses Spiel startet, sind alle auf aus. Okay. Stellt euch vor, ihr geht in ein Haus rein. Alle Lichtschalter sind auf aus. Gut. Und nun. Haben wir als Bedingung eingestellt, dass bestimmte Schalter an sein sollen. Zum Beispiel jetzt hier der Selbstschalter A soll an sein, sonst komme ich nicht auf diese Seite. Okay. Das bedeutet, dass ich irgendwo im Spielverlauf, zum Beispiel jetzt an dieser Stelle hier, den Selbstschalter A auf anschalten muss. Sonst wird man niemals, niemals nie auf diese Seite kommen, weil er, wie gesagt, standardmäßig, wenn das Spiel startet, auf aus ist. Gut. Wo ist der Unterschied? Wo ist der Unterschied? Der Selbstschalter kann nur innerhalb eines Ereignisses neue Eventseiten aktivieren oder andere Dinge tun. Nur innerhalb eines Events, eines Ereignisses. Entschuldigung. Der Schalter kann aber global gesehen werden. Der kann alles innerhalb des Spiels an- oder ausschalten. Also stellt euch vor, ihr kommt in den Raum von einem Haus, ihr drückt dort einen Lichtschalter. Und der Selbstschalter könnte nur eine Lampe innerhalb dieses Raums anmachen. Er könnte nicht den Raum verlassen. Der Schalter würde nur innerhalb dieses Raums funktionieren. Im Normalfall ist das praktisch und sinnvoll, aber in unserem Fall jetzt nicht. In unserem Fall wollen wir in das Haus gehen. Wir drücken den Schalter und dann geht irgendwo innerhalb des Hauses das Licht an. Zum Beispiel, ihr habt im Flur den Lichtschalter fürs Badezimmer beispielsweise. Und dann drückt ihr da drauf und dann geht das Badezimmerlicht an. Als Beispiel. Ist vielleicht ein komisches Beispiel, aber ich glaube im Großen und Ganzen werdet ihr gleich sehen, wie das Ganze funktioniert. Dazu klicken wir als allererstes mal hier auf dieses 0001 Schalter drauf. Und dann haben wir hier eine lange Liste und können diese noch sehr, 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 sehr lang machen, wie ihr seht. Also wir können sehr viele Schalter verwenden in unserem Spiel oder halt auch sehr wenige. So viel, wie wir brauchen. Wir nennen den Schalter einfach Apfel Quest. Okay. Oder Apfel Quest Ende. Ende. Gut. Übernehmen. Und okay. Apfel Quest Ende. Das Ende der Apfel Quest. Oder wir nennen ihn nur Apfel Quest. Wir nennen ihn nur Apfel Quest, weil ich brauche vielleicht nachher nochmal einen zweiten oder... Nein, eigentlich nicht. Ende. Fertig. Apfel Quest Ende. Wir brauchen nur den einen. Fertig. Gut. Apfel Quest Ende. Dann werden wir den natürlich aktivieren müssen, weil sonst, wie gesagt, alle Schalter sind auf Aus, wenn wir das Spiel starten. Sonst kommen wir niemals auf diese Seite. Das heißt, hier unter Gegenstände ändern, Apfel minus 1, fügen wir jetzt eine neue Zeile hinzu, Schalter steuern, hier oben heißt es, Schalter steuern. Und dann kommt ihr in dieses Menü. Hier sucht ihr einfach einen Schalter aus. Entweder einen einzelnen oder einen Bereich. Ihr könnt zum Beispiel Schalter 1 bis 20 oder Schalter 10 bis 15 an- oder ausschalten. Hier einfach zum Beispiel wirklich jetzt 1 bis 15 beispielsweise oder 5 bis 15. Also ihr könnt auch mehrere Schalter zugleich an- oder ausschalten. Aber für uns ist es jetzt nur sinnvoll, einen einzigen Schalter anzustellen. Und das ist meistens auch der Fall. Und das ist Apfel Quest Ende. Operation an- und auf OK. Gut. Dann gehen wir hier in diese Seite. Haben dort jetzt diesen Schalter. Den haben wir ja hier aktiviert. Und der wird wirklich nur aktiviert, wenn Raid Ja sagt und sein Apfel abgibt. Dann kommen wir auf diese Seite. Und da lassen wir diesen netten Mann einfach mal Danke sagen. Danke für den Apfel. Fertig. Mehr sagt er nicht. Mann. Nicht vergessen. Den Namen nicht vergessen. Und tadaa. Aber das würde euch, denke ich, mal auffallen, wenn der Name nicht mehr dasteht. Außerdem wäre das jetzt auch nicht so tragisch. Aber man sollte da vielleicht doch ein bisschen drauf achten, dass es doch vielleicht drin ist. So, danke für den Apfel. Und dann testen wir das Ganze mal, ob das auch funktioniert. So, fortsetzen. Wir haben ja gespeichert. An dieser Stelle hier. Ähm. Und. Wir gucken mal. Ich habe so einen Hunger. Ist dieser Apfel für mich? Ja. Ja. Cool. Ähm. Jetzt habe ich noch eins vergessen. Das hätte ich noch tun sollen. Ich habe auf jeden Fall den Apfel verloren. Ähm. Ich hätte vielleicht noch. Nachdem man, ähm, den. Nachdem man Ja sagt, hätte ich vielleicht schon Danke für den Apfel hier reinschreiben sollen. Weil sonst wirkt es für den Spieler ein bisschen komisch. Und dann vielleicht würde ich noch, ähm, machen, ähm, noch ein Textfeld. Oder das würde ich vielleicht noch drüber machen, sogar. Text anzeigen. Ähm. Ähm. Ein Apfel entfernt oder übergeben oder übergeben oder irgendwie anders. Ähm. Du hast dem Mann ein Apfel gegeben oder so. Ähm. Wie auch immer ihr das schreiben wollt. Und entfernt schreibe ich jetzt. Dann müsstet ihr natürlich wieder die Farbe ändern, etc. PP. Einfach hier Backslash C. Ähm. Rechtsklick. Farbindex eingeben. Wenn ihr die Nummern auswendig kennt, könnt ihr natürlich auch die Nummern direkt eingeben. Irgendwann kennt man die auch auswendig. Vertraut mir da. Dann, ähm, Apfel. Dann machen wir wieder das, ähm, Leerzeichen. Backslash EV-Index und Rechtsklick, ähm, Symbolindex, ähm, oder EV-Item. Hm. Vielleicht auch EV-Item. Wahrscheinlich EV-Item. So, die 256. Dann Backslash C. C steht auf jeden Fall für Color. Das ist klar. Und dann einfach die Null. Die ist für Weiß. Und tadaa. Wir haben jetzt ein Apfel entfernt. Ähm, okay. Übernehmen. Fertig. Dann ist das vielleicht ein bisschen verständlicher. Dann ist, ähm, auch noch ein kleines Problem. Ist mir gerade eben eingefallen. Oder aufgefallen. Ähm, damit werden wir uns aber ein andermal beschäftigen. Wenn ich jetzt auf, ähm, Fortsetzen drücke, dann steht die Frau nicht mehr hier, sondern hier. Sie ist also nicht mehr an der Stelle, wo wir gespeichert haben. Das muss man auf jeden Fall wissen als Spieleentwickler. Aber, dass wenn man, ähm, die Speicherstände lädt oder den Maps neu betritt, dass die Ereignisse immer wieder an Ausgangspositionen geschoben werden. Also an die Ursprungsposition, wo sie ursprünglich gestanden haben. Das werden wir später, ähm, mal nachkorrigieren. Das kann man nämlich beheben. Selbstverständlich. Und dann kann man sie doch auf anderen Positionen abstellen. Aber, also und dort auch abspeichern. Aber, das machen wir nicht jetzt. Sondern in einem anderen Video. Und jetzt gehen wir erstmal ins Haus. Sprechen mit dem Mann. Ich habe so einen Hunger. Ist dieser Apfel für mich? Ja. Ein Apfel entfernt. Danke für den Apfel. Sehr gut. Das war schon verständlicher für den Spieler. Gegenstände. Der Apfel ist weg. Danke für den Apfel. Wunderbar. Wir können speichern. Und unsere Quest weitermachen. Ähm, nun werde ich nochmal an der Frau etwas ändern. Wie gesagt, sonst rutschen wir ja auch wieder auf diese Seite hier zurück. Weil wir den Apfel nicht mehr im Inventar haben. Könnte ich eigentlich auch nochmal kurz demonstrieren. Habe ich vergessen. Hätte ich gleich machen sollen. Na, nicht neues Spiel. Damn it. Fortsetzen bitte. So. Und wenn ich jetzt die Frau anspreche. Dann. Mein Mann hat so einen Hunger. Kannst du ihm bitte diesen wunderschönen Apfel bringen? Und dann ist der ewige Quest-Loop. Und das wollen wir definitiv nicht. Und dementsprechend machen wir jetzt quasi eine dritte Ereignisseite. Ereignisseite kopieren. Ereignisseite einfügen. Nicht Gegenstände Apfel als Bedingung. Weil den haben wir ja nicht mehr. Sondern Schalter. Und dann hier Apfel-Quest Ende. Übernehmen. Fertig. Und jetzt sagt die Frau was. Ähm. Wie sagt jetzt vielleicht auch einfach nur Danke. Und dann ist fertig. Man könnte auch noch machen, dass die Frau oder der Mann, je nachdem wie man es möchte, noch eine Belohnung an den Spieler gibt. Ähm. Das können wir eigentlich machen. Das ist eigentlich eine coole Sache. Und das machen wir jetzt auch gleich. Danke. Hier hast du 100 Gold. Als Belohnung. Belohnung. Das ist ein bisschen viel. Aber hey. Die Frau, die hat Geld. Sieht man ihr doch an. Guckt euch die Frau an. Die hat richtig Geld. Also wirklich. Die hat richtig Geld. Guckt euch die Frau an. Also wenn die kein Geld hat. So. Dann können wir das Ganze noch gelb färben. Das hatte ich jetzt noch vor. Backslash. Ähm. C. Eckige Klammer auf. Rechtsklick. Farbe aussuchen. Farbindex eingeben. Ähm. Gelb nehmen wir. Doch. Das hier sieht ganz schick aus. Würde ich jetzt behaupten. Und. Eckige Klammer zu. Prüfen mal, ob das wirklich schick aussieht. Auch das sieht schick aus. Aber wir machen es nochmal vor der 100. Machen die Zahl mit rein, oder? Hm. Ich weiß es nicht. Was sagt ihr? Ihr könnt doch mal in die Kommentare schreiben, was ihr besser findet. Wenn die Zahl auch gelb ist, oder wenn sie weiß ist. 100 Gold. Oder. Oder so hier. 100 Gold. Was findet ihr besser? Also ich würde sagen, die 100 mit rein. Die 100 mit. Ich mache die 100 mit gelb. Sieht eigentlich besser aus, finde ich es. 100 Gold. Sieht man gleich. Die Zahl noch mit markiert. Ist eigentlich besser. Also ich sage es mal so. Okay. Übernehmen. Und dann geben wir dem Spieler natürlich auch seine Belohnung. Gold ändern. Erhöhen. Hier die 100 reinschreiben. Fertig. Ein bisschen viel, aber ist egal. Die Frau hat Geld. Guckt sie euch an. Wirklich. Die muss Geld haben. Und damit haben wir die Quest beendet. Problem. Wenn wir die Frau jetzt nochmal ansprechen, würden wir das Gold nochmal bekommen. Und das wollen wir definitiv nicht. Also wie fixen wir das Ganze jetzt? Jetzt brauchen wir wieder eine neue Eventseite. Ja, schrecklich, oder? Eigene Seite kopieren. Eigene Seite einfügen. Neue eigene Seite. Den Schalter können wir ignorieren. Den brauchen wir nicht mehr. Und dann machen wir einfach nur Danke. Und das löschen wir jetzt auch mal raus. Die Seite ist fast fertig. Was wir brauchen ist noch ein Selbstschalter auf der neuen Seite. Weil sonst ist diese Seite immer aktiv. Logischerweise. Weil die Eventseite mit der höchsten Nummer ist immer automatisch die aktive Eventseite. Solange alle Bedingungen erfüllt sind. Das heißt, in dem Fall die vierte ist die derzeit höchste Eventseite, bei der alle Bedingungen erfüllt sind. Weil keine Bedingungen existieren. Das ist klar. Deswegen brauchen wir Bedingungen. Und dann machen wir den Selbstschalter ran. Den Selbstschalter haben wir natürlich nirgends angeschalten. Dementsprechend, logisch, müssen wir ihn genau an dieser Stelle anschalten. Ah, ich müsste noch was ändern. Hm, mache ich noch schnell. So. Ups, kein Bild natürlich, um Gottes Willen. Und Name auch kein. Du hast, du hast 100 Gold erhalten. Erhalten, noch rein. Ist immer besser, wenn man noch eine Nachricht macht. Für den Spieler. Und dann machen wir Selbstschalter steuern. A ist an. Okay. Fertig. Und damit haben wir dann auch eine schicke Belohnung bekommen. Wäre nicht schlecht, wenn die Frau das auch nochmal sagt, bevor sie uns losschickt. Mein Mann ist im Haus. Und dann gebe ich dir 100 Gold. Nee, das ist eine blöde Formulierung. Wenn du ihm den Apfel gegeben hast, gebe ich dir dafür 100 Gold oder irgendwas könnte man jetzt reinschreiben. Mir fällt jetzt keine gute Formulierung ein. Ist egal. Wenn du den Apfel überbracht hast, dann gebe ich dir dafür 100 Gold. Punkt, Punkt, ähm, welche Farbnummer war das nochmal? Oh, 14? War das 14? Hm. Ja, 14. Ach, ich sag ja, irgendwann kennt man es auswendig. Da könnt ihr mir vertrauen. Irgendwann, wenn man immer wieder die gleichen Farbcodes verwendet. Wunderbar, dann kennt man das irgendwann auswendig. Und dann klappt das auch. Gut, ähm, danke, mein Mann ist im Haus. Wenn du den Apfel überbracht hast, dann gebe ich dir dafür 100 Gold. So, ich glaube, jetzt müsste eigentlich alles soweit funktionieren. Und dem Spieler wird auch soweit alles erklärt. Wir probieren das Ganze jetzt einfach nochmal aus, würde ich sagen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Und da probieren wir das einfach nochmal ein bisschen aus. Wir machen gleich ein neues Spiel und probieren alles von Anfang an aus. So, spulen ein bisschen vor. Aber, wie gesagt, die Textboxen werden hier auch übersprungen, wenn ihr Enter gedrückt haltet. Das ist ziemlich praktisch. So. Vielleicht kannst du mir helfen. Nein, möchte ich nicht. Nein, schade. Die Dialoge, die Dialoge, die sind so schlecht. Aber die sind von mir geschrieben. Die sind immer schlecht. So, dann sprechen wir mal mit dem Mann. Ich habe so einen Hunger und er reagiert nicht, weil wir den Apfel nicht haben. Logisch. Und die Frau? Mein Mann hat Hunger. Kannst du ihm bitte diesen wunderschönen Apfel bringen? Ähm, nein. Schade. Okay. Nein, natürlich wollen wir das tun. Ja. Na klar. Warum auch nicht? Oh, ich bekomme dafür 100 Gold. Nice, Bro. Nice. Ähm, sowas sagt die Frau jetzt. Danke, mein Mann ist im Haus. Wunderbar. Das funktioniert perfekt. Sie gibt uns nicht nochmal den Apfel. Ich habe so einen Hunger. Oh, er reagiert auf den Apfel. Ist dieser Apfel für mich? Ja. Ja, natürlich. Da habe ich den Punkt vergessen, aber ist egal. Ein Apfel entfernt. Danke für den Apfel. Danke für den Apfel. Wunderbar. Oh, da hätte ich jetzt auch noch das Symbol einblenden können. Vielleicht das Apfelsymbol oder den Text rot schreiben können. Aber es ist nicht so wichtig. Danke, hier hast du 100 Gold als Belohnung. Du hast 100 Gold erhalten. Danke. Und damit haben wir hier unten die 100 Gold. Hier sind sie. Und wir haben es geschafft. Wir haben unsere erste Quest. Yay. Yay. Okay, wir sind reich, Leute. Wir sind reich. Wir haben 100 Gold. Ähm, gut. Das war unsere allererste Quest, die wir gemacht haben. Und ich hoffe, ihr habt fleißig mitgemacht. Und habt alles verstanden. Ihr könnt natürlich auch Fragen in die Kommentare schreiben. Und beim nächsten Mal werden wir uns dann um die nächste Quest kümmern. Und ein bisschen mit Variablen spielen. Oder mit ihnen arbeiten. Das trifft es vielleicht eher. Aber auch spielen. Wir machen ja immerhin Spiele. Und naja, dann bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, ihr kommt in meinen Discord-Server und in die Steam-Gruppe. Die Links dazu sind unten in der Beschreibung. In der Videobeschreibung. Und auch in meinem Kanal zu finden. Und wenn euch das Video ein bisschen geholfen hat, dann könnt ihr natürlich auch auf Abonnieren drücken. Würde mich sehr freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann irgendwann mal. Mehr oder weniger sehen. Oder ihr schaltet mal wieder rein. Sagen wir es mal so. Und ich mache auch ab und zu mal Livestreams. Und spiele auch Spiele von meinen Zuschauern. Wäre auch cool, wenn ihr da mal reinschaut. Oder wenn ich mal vielleicht ein Spiel von euch spielen soll. Dass ihr da vielleicht mal ein Spiel an mich schickt. Wie gesagt, kommt einfach mal in den Discord-Server. Und dann können wir das alles absprechen. Wäre ja cool. Oder ihr schreibt mich auf Twitter an. Etc. pp. Links dazu sind wie gesagt in der Videobeschreibung. Und in meinem Kanal. Tschüssli. Und vergesst nicht, auf die Benachrichtigungsglocke zu drücken. Danke sehr. Ach ja. Und liked bitte das Video, wenn ihr bisschen, bisschen, bisschen Hilfe bekommen habt von mir. Das wäre doch cool, oder? Danke. Danke, Leute. Sorry. Wollt ihr euch nicht noch weiter belästigen. Tschüss. 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 Vielen Dank.